1 Mark ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige orangefarbene Kleinwagen hat drei Türen und bietet zwei Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 9000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Freisprecheinrichtung, Tagfahrlicht und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017